ARD Text im Auftrag von Funk 5,4,3,2,1 Stürzt euch in die Schlacht Wenn ihr den Symphomuchi zerstattet oder wisst, dann äh Das wird großartig Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen Hä, warum sagt der Waller, soll Sonja folgen? Was ist das für ein Bullshit? Nein, ich soll es anders unten, ne, okay, Moki Moki ist oben, ja Ja, hier sind zwei, von uns ist einfach keiner Los geht's Das ist sehr toll Wo? Nein, wo ist das? Nein, in der Mitte sind drei, das heißt bei uns ist wirklich keiner Also wir können hier schon leveln Oh Oh, lecky Das ist zwei Router und ein Zeratröten und Kassel Ein Healer und ein Healer hat mit Damage Und wir sind auch ein Healer und keine Ahnung was du bist Dinger Ja, aber Es wurde Zeit, dass ihr zurückgeht Dinger kann auch Tanks sein und so Also wir können uns Dinger tanken Ne, ich bin nur so ein Image Also, heilab Oh Ich hab dich so schnell nicht eben gerettet, habe in der kurzen Spiel Ja, der Typ ist schon die ganze Zeit und sind es dann wieder weg Ist auch geil Und wir werden natürlich nicht schon wieder alle nur im sterben Ja Denn wir hier take the level farm infektiv Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt Mhm Was sehe ich hier? Ja Ein Held hat den Kampf verlassen Ballert wird die ganze Zeit in Bayern und sind es dann wieder weg Held, sind die Tribut und ich werde euch meine Gäste gewähren Genau, wir müssen nach oben Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt Ja Und er ist tot Was halt am Rand Der andere rennt weg und lässt es nicht alleine drehen Aber Ausverschlagen Ich hab ein Problem, es wurde aber leider eine Attacke für das Auto raus Und jetzt lebe ich wahrscheinlich auch noch für den Versuch es aufzuhalten Und jetzt lebe ich wahrscheinlich auch noch für den Versuch es aufzuhalten Oh Mikrofon, Mikrofon, aktivated Mit Mikrofon, aktivated Das war aber brutal. Hab ich ein kleines Verscheidenproblem? Ich hab das auch nicht. Doppelkirch. Yes. So haben wir wieder dieser typische Lilly-Nachschuss. Ja. Der irgendwie immer funktioniert. Lilly macht's ja was ganz schade, aber sie töte es immer. Keine Ahnung wie sie es war. Oh, da ist ja auch noch Rainer laufend. Ich würde auch laufen. Ja, deswegen waren wir ja alle hier. So. Nice. Die wird auf den Kid. Lilly, wieder nachschossen. Ich muss das Tote Lilly. Ja, Lilly ist ein Abschuss. Der ist einfach mit. Der macht ja viel mehr Lilly-Schuss. Mucki ist wieder auf mit. No, John, don't move. Und wir mit unseren dauernden Wasain kämpfen. Und Säure noch dafür, dass wir mega gefährdet. Ich kann aber am Anfang voll unterstützen, die viel Wasain töten können. Und wieder nach unten. Und unterwegs Mucki absnacken, oder? Oh. Das ist toll. Das ist toll. Oh mein Gott, es ist doch auch. Das ist toll. Diesmal ist wirklich toll. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Verwandte. Es geht um mich an. Das kannst du mit. Das ist der Hand. Da ist es direkt. Also. Wut die Fakt? Gute. Wut die Fakt? Wut die Fakt hat... Das war's für heute. wir sollten hier zu schlagen was ist denn das da drüben oh man ist der behindert top das ist mein rückwärter bei mir ja aber auch nicht ich kann mich aber wieder nicht oh ich kann mich nicht aber das war der ist 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 wer holt sich diesen wer dafür dass es wir sind weil dann haben wir einen mega vorteil ich habe hier ein kleines problemchen das hat gesagt Ja, ich glaube, es ist irgendwie möglich. Hier ist der Glück. Oh, der Kette. Ja, krass. Ja, die Treppe, alle. Das dauern. Ich nehme wieder Rettung. Ah, okay. Aber, okay. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Gut. Alter wir kamen uns ja hart die Kills zusammen. Und rege drauf. Aber nie nur das Schuss. Ohn. Auf. Halt. Oh man, kriegst du dich doch Murky. Volt, machs jetzt. Wir gehen mit Deckung. Oh man, Murky! Kann er jetzt nicht wahr sein. Das ist besser. Keine Mana mehr, das ist bitter. Hier geht sonst glaube ich einen Tartner ein. Der Heilbrunnen hier bei uns ist halt auch schon kaputt. Ich kann ja auch nicht gut gehen. Ja. Ja. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Da geht gut dran. Nein, bist du nicht. Fach. Ich hab fast kein Mana mehr. Das war ein Kampf-Duell. Er hat eine Vermeer-Kick-Gaming. Er hat so schnell bekommen. Ja. Alter, what the fuck. Im Tower wär ich von drei gleichzeitig angegriffen. Was ist das von der Logik? Zu töten. Ja, aber was machen die alle in unserem Tower drin? Ich war nur ne kleine süße, heimlose Lily. Die ein bisschen Rainer töten wollte. Ich glaube, ihr schuldet mir Tribut. Ich glaube, ihr schuldet mir Tribut. Ja. Nee, genau. Gibt's nicht, ja. Neons war schickend. Ich hatte vor einer Nose. Blöde besucht. Ja, das Spiel ist verloren. Du bist grad wieder Beleidigungs-Opfer geworden. Ja, wozu auch immer. Alter, ich hab mit mir die meisten Kills im Team. Was ist denn los? Was ist denn das da drüben? Los, erobern wir einen seltener... Oh ja. Flöde zu schmerzen. Ja, wir sollten das aber auch noch nicht gehen. actually, das ist nichts. Und dann gehen wir hin. Und dann gehen wir hin. Was macht ihr doch hin? Ihr werdet ihr denn gerne? Wir brauchen das ganze Leben der Geek. Ganz einfach. Oh nein. Es scheint ein Vorverloren zu sehen. Eifelig! Dankeschön! Dankeschön! Pfff! Ich denke wir sollen... Doppel-Tripp zum Boss gehen! Doppel-Tripp zum Boss gehen! Nachher noch... Nein! Halt! Was macht die Shatter? Das hab ich gebraucht! Hey, jetzt meinst du dich auch noch reporten? Cool! Die Begründung ist sicher! Sie sollten uns dieses Söldner-Nager schnappen! Das ist doch so schön! Ich würde schon wieder meinen Arm auf den Kopf nügeln, aber der ist wirklich gut dabei! Alter, was dein Hund wegfängt! So ein Redfall-Fucking-Boss-Kopf-Nügeln Das interessiert ihn da einfach nicht! Das ist doch so schön! Mehr davon! Irgendjemand sollte diesen Helden aufhalten! PUSHF-Golem! Wickel! Wickel! Lass alle anderen sterben! Hat er gesagt! Wer wird um meine Gunst buhlen? Wickel! 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 Das ist cool. Ja, so was kann man frisch nehmen, die Leute. Er wird wohl diesen an sich nehmen. Kann nichts gegen den Mann hier. Mein Problem hat. Ja, wo ist es? Muss weg hier. Komm, ich schaue das Beste, Alter. Ne, den können wir nicht erobern. Ne, gerade eben nicht, aber jetzt. Geht mal, getötet. Oh, Klaunk. Ja, wo war ich mal? Hervorragend. Das habe ich gebraucht. Ihr habt meine guterrungen Helden. Mögen eure Gegner meinen Zorn spüren. Zulie. Oh, weh, lieber Armut. Oh, ich glaube, wir drehen das Spiel noch. Gut. Ja... Weh... Das war's. Großartig. Vachen. Pferden. Eh, das war's. Pferden. Dieses bis. Pferden. weil der gibt selbstgebraute Skale ja ist vorüber das war nicht gerade eine Glanzleistung wir sollten hier zu schlagen nicht wenn du nicht was machen unser Passkommen in 28 Sekunden wieder das heißt wir müssen unseren Boss einfach holen wir haben aber keine Veteiligung mehr ja aber ohne Wurzeln auch gefickt das hast du schon hier drunter und wenn ich den nicht der gesagt hat er ist so super gut du müsstest alles gleich wer gut nur greift eure Zitat denn die Tüten sind aber gar nicht nett uuuuuh was ist denn das Verzüge oh geil war jetzt ein bisschen schnell wie ich wohl ging naja Level 21 wieder ok haben lang durchgehalten na zumindest keinen sofort lose äh ja Sonja und Wala lieben wir es Leute zu beleidigen wie lieben wir es solche Leute zu beleidigen und dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge Horz und bis dahin Servus und Ciao Deleu